Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Fans 2020 und wir gehen heute rein ins kurze Qualifying. Jetzt geht's los. So. So. Dann fangen wir mal aus. Okay, let's go. So, da waren wir ja drin. Oh, scheiße. Oh, nein. Ich hätte das Regenswert geben sollen. Ah, scheiße. Das ist jetzt mein Fehler. Ja. Das Rennen ist ja morgen im Regen. So, jetzt fahren wir im Tröckenseiter mit dem Regen morgen. Happy Bürste. Okay. Was soll ich noch erinnern? Nee, ne? Ich glaube nicht mehr. Ja. Okay. Nehmen wir das mal mit. So, da fahren wir's raus. Vielleicht fahren wir mal Regen. Das ist jetzt der Klima. Ich hab mal so eine Kompletteneinstellung verhauen. Ich befürchte, das wäre gar kein... Wir haben gar nichts drin, ey. Naja, egal. Ich weiß nicht, wie ich's ja nehmen kann. Wir müssen ja auf... Trocken gehen. Ja. Auf das Setup gehen. Weil's im Rennen morgen regnet. Sollte uns jetzt noch ein Auto, das lass ich mal ziehen. Sollte man schnell Runde setzen. Sollte man schnell Runde setzen. Sollte man jetzt keine Strafe reinholen. Okay. So. So. Auf geht's! die wurde schon mal weg so Ja, das ist doch nicht wahr. Ja, damit war es das, ey. Möchte das auf den zweiten Versuch bauen. Boah, Alter, bleib doch nicht stehen, ey. Jetzt ist mein Zehnis noch hinter mir, der mich gerade noch ein bisschen jagt. Schön, wenn jemand gedrückt. Dankeschön. Keine Ahnung, da müssen wir nochmal sitzen. Ich hasse das. Ja, damit war es das, ey, ey. Also, man bleibt einfach mittig stehen. Naja. Und haben hier 20. Sind wir heute alle gefahren? Nö, 21. Ja, sag ja. Wollte ich sagen, dass wir den dicken Verbremser in der Mane entlatten? Na ja, dann warten wir jetzt noch ein bisschen ab, bis die nächste Welle kommt. Ahem. 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 Es ist ziemlich ruhig auf dem Weg. Wir sollten nachdenken. 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 Das war's für heute. Okay, dann fahren wir auf die Strecke. Das ist immer noch ein bisschen von der Strecke runterkommen. So, vor dem wir jetzt noch mal. So, jetzt müssen wir die Hale an, wenn wir nicht sich treffen. Fahrer vor mir. Das wird nichts. Vor allem nicht, wenn man mir im Weg steht, Mann. So, jetzt müssen wir die Strecke runterkommen. So, jetzt müssen wir die Strecke runterkommen. Jetzt vielleicht hat er uns P22 von mir dann. Dankeschön, ey. Ja, dann kann ich in die Garage. Das war's. Dann würde man ein Blätter verstehen. Dann ist es so. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen. Aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Hamilton, Vettel und Max Verstappen. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ich werde auch mal was drin gewesen, aber nicht so. Aber es kann auch sein, dass die alle mit dem Trox-Setup fahren und ich war das Einzige beim Last-Setup. Das kann ja auch sein. Aber sinnfrei wäre. Na ja. Da müssen wir es halt so richten. Irgendwie. Wie auch immer. 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 Das war Pech, nicht ganz da, wo wir im Grid sein wollten. Aber kommt hoch, das ist noch nicht das Ende der Welt. Na ja, schauen wir mal. Wir sehen uns dann morgen wieder und dann versuchen wir es irgendwie im Rennen zu rocken.